Let's Dance Star Oana Nechiti geht unter die Schauspielerinnen, in der ARD-Telenovela Rote Rosen wird die Tänzerin bald zu sehen sein. Let's Dance Star Oana Nechiti hat ihre erste Schauspielrolle an Land gezogen. Bereits seit längerem ist bekannt, dass die Profitänzerin für die ARD-Telenovela Rote Rosen, montags bis freitags im Ersten, vor der Kamera gestanden ist. Jetzt sind mehr Details bekannt, die Folgen mit Nechiti werden zwischen 24. und 29. November ausgestrahlt. Ein erstes Foto vom Set, zeigt Nechiti Hand in Hand mit Schauspieler Hakim Michael Meziani, 56. In einer dazugehörigen Pressemitteilung heißt es, am Set schwebte Oana Nechiti auch abseits der offiziellen Dreharbeiten mit dem ein oder anderen Darsteller übers Parkett. Darum geht's in den Rote Rosen folgen mit Oana Nechiti. In Rote Rosen wird Nechiti als Tanzcoach zu sehen sein. Darum geht's. Carla, Maria Fuchs, 48, plant ein Tanz-Event in ihrem Restaurant. Um dessen Image aufzupolieren. Der eifersüchtige Gunter, Hermann Tölke, 70, soll als neuer Besitzer des Kalas dabei ausgerechnet mit seinem Konkurrenten Silvio, Alberto Ruano, 49, zusammenarbeiten. Gunter will bei dem Charity-Tanz-Event Merle, Anja Franke, 59, beeindrucken und bittet kurzerhand Oana um ein Salsa-Coaching. Merle ist amüsiert über so viel Engagement. Und Gunter fühlt sich bestätigt, als Merle ihn zum Abschlusstanz als Tanzpartner aussucht. Bis Carla ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017